hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von mit spaß ins wochenende wo ein bisschen eine andere map hier sofort mit military base runter Achtung, das Gas breitet sich aus. Da konnten wir ins Füde runter gehen Wie ich vermute es Der Feind nähert sich. Okay Leute, legen wir uns ins Zeug. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Ja, ich hau ein bisschen ab. Im Dunkeln sieht man ja auch kaum was Oh ja, gefunden Verdammt, man sieht nichts Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden Der Kampf geht los Du kannst Zielübungen beim Warten machen. Dort unterlässt du einen bleibenden Eindruck. Mit geworfenen Steinen übrigens auch Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein Puh Erwischt Das könnte vielleicht auch nützlich sein. Da könnte ich mir auch noch einen dieser Ich gehe immer nach unten Weiter oben sind ja noch welche Extraaktion ist vor Ort, zur Landezone Hier ist eine andere Waffe Die ich nicht brauche, sondern ich brauche eher eine andere Der Feind springt über dem Gebiet ab Auf den Himmel achten Keine Munition dafür Na wo ist der hin Ähm Oh, wo kam der hin her Sie haben uns besiegt, aber wir werden uns revanchieren So Dann auf ins nächste Match So, nächstes Match Jetzt hole ich mir das aber auf den Dampf Ich glaube ja Ich hoffe, das gehört noch zum Dampf Battle Royale Gas nähert sich deiner Position Begib dich in die Sicherheitszone Und da hier Und es ist schon wieder Nacht Das Feind nähert sich Ziele sind markiert An die Arbeit Oh Oh Oh, oh, oh. Es sind zwei Leute hier. Sieh denn mal? Geh da mal runter Land in der Plattform 1 Schild genutzt Oh, weiteres Schild Kann ich gebrauchen Hier liegen ja so einige Schild genutzt Und eine weitere Platte ist gut. Sollte mich langsam mal aufmachen. In Richtung. Zone. Geh mal nach da oben hin. Hier ist eine Hamza-Aufgabe. Aber ja. Hier oben ist keiner. Okay. Auf in Richtung Airport. Flughafen. Eine ist da oben, glaube ich. Ja. Oh ja. Da kommt schon. Die Zone. Ist auf jeden Fall schwer zu sehen, wenn hier alles dunkel ist. Ja. Ist da jemand runtergekommen? Platte. Aber ich habe ja volle Platten. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Wir haben ja nicht sicher, ob hier irgendwo noch eine... Truhe ist. Oh, weitere Totenstille. Okay. So, schnell nach oben. Oh. 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 Hallo Airport. Nun habe ich dich. In die Richtung müssen wir. Oh. 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 Das breitet sich aus. Also hier sind die Tunnel. Anscheinend. Oh. 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 Au Das war ne Abkürzung Das war ne Abkürzung Ich glaube hier war schon jemand drin Die Frage ist Ist er immer noch hier drin? Verdammt! Willkommen im Gulag Wenn du überlebst Erhältst du die Freiheit Der Kampf geht los Halte durch Kumpel Du bist schon bald wieder draußen Mach dich bereit Du bist als Nächstes dran Mann Wie lange muss ich hier noch warten? Wenn du diesen Kampf gewinnst Kehrst du zurück Oh mit Schrotwind immer wieder Schalte sie aus Oder nimm das Ziel ein Das war ein direkter Kopfschuss glaube ich Wo bin ich hier? Bei den Query Ich glaube der ist direkt unter mir Verdammt! Ein Schuss hat noch gefehlt Aber ich würde sagen Das war eine weitere Folge von Mit Spaß Ins Wochenende!